Mein Name ist Lisa Weishaupt und ich bin 19 Jahre alt. Dieses Jahr im Oktober habe ich ein duales Studium beim Möbelmaler begonnen, da dies ein expandierendes Unternehmen ist, welches mir eine gute Perspektive für die Zukunft bietet. Das Studium bietet mir die Möglichkeit, theoretisch Gelerntes auf die Praxis anzuwenden. Zurzeit bin ich in der Marketingabteilung tätig. Hier korrigiere ich unter anderem Prospekte, erstelle Anzeigen oder Plakate für all unsere Standorte. Während unserer Ausbildung sind wir neben der Marketing- und der Eventabteilung auch im Verkauf tätig. Hierbei erlernen wir unter anderem den richtigen Umgang mit Kunden und die Abwicklung eines Möbelkaufs. Mein Name ist Uli Ekirai und ich bin 19 Jahre alt. Nach meinem Abitur habe ich mich für ein duales Studium beim Möbelmaler entschieden. Auch ich studiere den Bereich BWL mit der Vertiefung auf Dienstleistungsmarketing. Ich habe mich für Möbelmaler entschieden, da dieses Unternehmen mir ein großes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld bietet und mir einen guten Einblick in den Ablauf eines Unternehmens gibt. Momentan bin ich im Eventmanagement tätig und organisiere dort die Veranstaltungen in unseren verschiedenen Einrichtungszentren. Vom Aufbau bis zum Abbau gehe ich alles mit den Ausstellern gemeinsam durch. Ich werbe anfangs die Aussteller an, erstelle die Messepläne, organisiere den Aufbau, kümmere mich um einen reibungslosen Ablauf und begleite die Messe bis zum Ende. Zum weiteren Verlauf unserer Ausbildung werden wir auch den Bereich Personalabteilung durchlaufen. Dort werden wir unser gelerntes Wissen bei den Punkten Personaleinstellung und Personalentwicklung anwenden können. Seit Oktober befinden wir uns in unserem ersten Praxissemester und konnten dort schon viele Erfahrungen sammeln. Das Studium bereitet uns sehr viel Freude. Ab Januar 2014 kommen wir dann in unsere erste Theoriephase, in der wir unter anderem die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre erlernen. Danach wechseln sich Praxis und Theorie im dreimonatigen Rhythmus ab.